50 lustige Ortsnamen in Baden-Württemberg. Los geht's und viel Spaß. Ja, es gibt diese Ortsnamen wirklich. Wir haben uns diese nicht ausgedacht. Du findest diese Orte auf einer Karte. Genau dort haben wir sie auch gefunden. Viele dieser Orte sind heute nicht mehr selbstständig. Sie sind heute meistens Teil einer Stadt oder einer Gemeinde. Deppenhausen ist zum Beispiel ein Ortsteil von Ehingen. Hanschusheim ist ein Stadtteil von Heidelberg. Und wer schon immer mal im Paradies wohnen wollte, muss nach Konstanz ziehen. Denn Paradies ist ein Stadtteil von Konstanz. Nun kommen noch ein paar lustige Sprüche über und mit den Ortsnamen. Aftersteg. Wo der Weg immer hintenrum geht. Altenheim. Hier geht's gemütlich zu, aber keine Angst. Es ist kein Altersheim. Bierkeller. Der Ort, an dem das Bier fließt. Und die Geschichten. Billigheim. Hier ist alles etwas billiger. Sogar die Witze. Bubenorbis. Wo die Buben manchmal ein wenig aus der Reihe tanzen. Busenhaus. Ein Haus, in dem die Türen immer offen stehen. Busenweiler. Ein See, an dem es viel zu sehen gibt. Deppenhausen. Ein Ort, an dem die Bewohner vielleicht ein bisschen zu viel Spaß haben. Eiterbach. Ein Ort, der vielleicht ein wenig zu krank klingt. Faulenfürst. Faulheit verpflichtet. Frauenzimmern. Wo die Frauen das Sagen haben. Zumindest in ihren Zimmern. Gammelshausen. Ein Ort, der vielleicht ein wenig verfallen ist. Ganslosen. Hier schnattern die Gänse und die Bewohner vielleicht auch. Gifthof. Ein Hof, der vielleicht ein bisschen zu giftig klingt. Grab. Ein Ort, an dem man nicht gerne über das eigene Schicksal spricht. Grünkraut. Hier wird vielleicht nicht nur Grünkohl serviert, sondern auch Grünes angeboten. Handschuhsheim. Hier trägt jeder Handschuhe. Oder zumindest in der Fantasie. Hausen im Killertal, wo das Wohnen ein Killer ist. Oder auch nicht. Herbsack. Ein Ort, an dem man sich gerne mal versteckt. Vielleicht in einem Sack. Himmelreich. Wo die Wolken immer ein bisschen näher sind. Hippiesau. Ein Ort, der vielleicht ein wenig zu hip ist. Irrendorf. Hier verläuft man sich gerne. Oder auch nicht. Jux. Ein Ort, an dem der Spaß zu Hause ist. Oder auch nicht. Käfertal. Wo die Käfer zu Hause sind. Killer. Ein Ort, der vielleicht ein bisschen zu tödlich klingt. Kuchen. Hier gibt's nicht nur Kuchen, sondern auch viele süße Sachen. Küsserberg. Ein Berg, der nur auf Küsschen besteht. Liebesdorf. Ein Ort, an dem die Liebe in der Luft liegt. Hoffentlich. Löffelstelzen. Hier wohnen die Löffel auf Stelzen. Magenbruch. Ein Ort, der vielleicht ein bisschen zu schmerzhaft klingt. Mückenloch. Ein Ort, an dem die Mücken gerne mal eine Party feiern. Muttensweiler. Wo die Mütter das Sagen haben. Neue Welt. Ein Ort, an dem alles neu ist. Zumindest im Namen. Notschrei. Ein Ort, an dem man gerne mal um Hilfe ruft. Paradies. Wo jeder Tag ein Sonntag ist. Oder zumindest ein Versuch. Poppenhausen. Ein Ort, an dem die Puppen tanzen. Hoffentlich nicht zu wild. Poppenweiler. Ein Ort, wo man sich gerne austobt. Oder auch nicht. Rattenharz. Ein Ort, an dem man sich fragt, was Ratten mit Harz zu tun haben. Schweindorf. Hier grunzt es nicht nur, sondern quiekt auch. Schweinhausen. Ein Ort, an dem die Schweine das Sagen haben. Oder auch nicht. Sexau. Ein Ort, der vielleicht ein bisschen zu direkt ist. Sieh dich für. Ein Ort, an dem jeder seine eigene Meinung hat. Spinnenhirn. Ein Ort, an dem die Gedanken gerne mal ins Netz gehen. St. Blasien. Ein heiliger Ort. Sumpfohren. Hier wächst das Sumpfgras. Und vielleicht auch noch etwas anderes. Süßbächle. Ein Ort, an dem die Bäche immer süß sind. Süßen. Ein süßer Ort, der seinem Namen alle Ehre macht. Tigerfeld. Hier gibt es mehr als nur Tigerstreifen. Umweg. Ein Ort, an dem man gerne mal Umwege macht. Oder auch nicht. Ungeheuerhof. Ein Hof, der vielleicht ein bisschen zu gruselig ist. Finale und Feedback. An die zwei Leute, die das Video bis hierhin geguckt haben. Vielen Dank für eure Ausdauer. Verratet ihr uns jetzt eure Meinung? Wie hat euch das Video gefallen? Welche Ortsnamen fandet ihr lustig? Gibt es noch weitere lustige Ortsnamen? Bitte lasst auch einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt. Bis zum nächsten Mal.